Hallo liebe Freunde und Freunde Lina, heute ist ein ganz besonderes Tag, jawoll! Ne, eigentlich ist es wert eine besondere Nacht, die Nacht von die sonsteres auf die sünderes. Das ist die Nacht, wo die Zeit rumgestellt wird, verstehe ich? Meine Frau Lina hat gesagt, aber heute Nacht müssen wir die Uhr umstellen. Da hat mein Herrscher gesagt, wie willst du vom Wohnzimmer ins Esszimmer stellen? Haha, wollte meine Frau Lina einfach veräppeln. Das ist ja Quatsch, ne, der Fall, die nicht kaufrennt, ne? Das macht die nicht. Es gibt auch höchstens Stress immer bei manchen mit der Vor- oder Nachstelle von der Uhr. Da hat mein Herrscher aber auch eine gute Idee da. Die sagen, immer wenn die Gartenmöbel rausgestellt werden, also im Frühjahr, dann muss die Uhr vorgestellt werden. Und immer wenn die Gartenmöbel wieder reingestellt werden, im Herbst zum Winter, dann wird die Uhr zurückgestellt. Und ich hab mir das so gedenkt gehabt, jetzt, wenn ich jetzt das Spielezeug, wo hier überall rumträumt, weil ich mit die Emi und mit Bella gespielt hab, dann, äh, heute laie lasse und nicht wegräume, dann habe ich morgen eine ganze Stunde länger Zeit dazu. Jawohl, ja, also lasse ich's laie. Freunde, ich wünsche euch auch einen wunderschönen Tag, ne? Und merkt euch, heute Nacht wird die Uhr zurückgestellt. Wir gewinnen eine ganze Stunde. Jawohl, ja, meine Fräuline sagt, immer die Winterzeit ist meine allerliebste Lieblingszeit. Ja, meine Herrscher sagt, also mir ist der Sommer lieber, weil's doch länger hell ist. Ich finde, das ist Quatsch, das ist nur, wo uns die Uhr durcheinander macht. Jawohl, ja. So, und ansonsten einen wunderschönen Tag euch allen. Bis dann, euer Mucklieb von die weiße Socke.